Also Schaub spielt jetzt gegen Schaub. Ja. Okay. Viel Glück. Schaub! Schaub! Wie immer. Kein Tor. Kurlova! Der Kopf hoch. Der John ist gut drauf. Schaub. Schaub. Bei dir spielt Marco Schaub. Der Steererbinder ist nicht mehr. Der Dick Kome über den Flügeln. Kommen die rollen. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Nein, ne weiter, Steh auf, komm. Schaub im Reh! Heeeeeeeeeeeeeeeee! Was ist das? Was ist das? Wir sind ja im Schaub, da sind wir im Schaub, da sind wir in China! Der geht Schaub! Der geht Schaub! Der holen die Lok, ey! Der ist richtig hoch? Achso. Ich muss immer schießen mit dir, du weißt? Das ist ein typisch Louis Schaub-Tor, zu kacken bis zum Ende, ehrlich. Was ist das? Ja, das ist aber der Klick wieder dran. Du hast schon wieder... Anneto war die Fahne! War schlecht rauszuspielen? Nein, du kackst die Scheiße! Den Ball! Hopp! 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 Nie im Level! Geht schon wieder gleich so vorhin. Das ist so schlimm. Dann verdienen wir nichts mehr. Der Schaub, den kannst du noch nicht gebrauchen, den Typen, ehrlich. Sag mal! Ich warte bis du ein schönes Tor machst, ok? Ja, der war echt schön. Was war davon schön? Wieder Ball gewinnen, verantwortungsvolle mit Umgang und Patsch und Don. Sag mal, kannst du auch ohne Foul? Ja, das steht sicher. Also bei dir ist immer Foul und bei mir ist immer Foul, oder? Spiel den Ball rüber, ey! Aufsatz? Hallo! Ja! Schock! Ne, Clemens, Junge! Der kommt aufsatz? Nein, der macht gar nichts. Der greift gar nicht ein. Kann man immer die Feuerwehr rufen? Ja. Wenn du in Österreich brennst. Oh, oh, jetzt wird's gefällt. Aus! Böger, Alter! Schaub macht die Entscheidung. 4-1. 4-2. Zuhause wird der Kontroll jetzt in der Ecke fliegen. Aber schau, wie das super warst du dir. War schon spannend. Zuerst halt. Schock! 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 Es soll ich noch drüben. Ha, 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 ha. ... 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 Bis zum nächsten Mal.